Hey, ich bin doch gerade gesagt. Kann ich auch in die Ecke kriegen. Die Steps auf Shipment, ja mein. Da brauchst du doch keinen Sound tun, Alter. Da brauchst du gar nicht in die Ecke. Nein. Nein, sag doch, nein. Ja, ja. Hast du noch deine Stun-Gun ausprobiert? Das wird dein bester Freund sein. Es wird die Cirküte auf irgendeine CCTV-Kamera oder Metall-Detektor erhöht. Sie werden nach einem Zeitpunkt zurückkehren. Also, als die Sicherheit ist, benutzen Sie eine temporary Outage. Wenn du? Mk2 mit Brand-Munition? Ja, okay. Entschuldigung. Wird Pistole? Wird Pistole mit Pistole? Weil er war. Hä? Ich hab... diesen Sturmgewehr habe ich. Mit Brand-Munition, was ich gar nicht habe. Und dann noch... Ja, ich hab ein Sturmgewehr. Okay, wir sind in. Ich hab eine Schroffinze. Ja. Ich hab ein Sturmgewehr gezogen. Ich hab zwei Schroffinze. Ich hab ein Sturmgewehr. Ich hab ein Sturmgewehr. Ich hab ein Sturmgewehr. Ja, mit Fingerfertigkeit. Ja? Richtig. Die Zeitarm ist aber erhöht zwischen Nachladen und Eintöten, ne? Schippen ist jetzt ja fixiert und dann einfach kommen sie ab, wenn du Glück hast in der Mitte. Die haben sich ja von 2 Sekunden auf 5 Sekunden erhöht. Die Zeitspanne. Okay, du setzt dich wieder andersrum ab? Ja, ja. Ja, ist aber schwer noch. Ne, sicher, immerhin ein Zwingshot. Das geht grad nicht. Du und dieser... Wiener sind jetzt Feinde. Hä? Wer denn jetzt? Akiame. Na, ich hab ihn auch in den geschickt, aber vielleicht ist er sie wieder weg. Ach so, das war wieder... Ach so, diese Pose. Hä? Guck mal, die 2 wieder. Oh, die waren bitte. Ich hab... Ich hab AK, Rezelkarabiner. Ah, das war wegen Human Labs, ne? Warte mal kurz, hab ich gespitzte AK-Arabiner? Ich mach halt der MP wieder, ich mach halt mit der MP wieder. Dann hast du den am Tresen. Ich hab ihn. Sag an. 2, 2, 1, Schuss. Warte? Du machst hier auf? Ah, ne, kannst du ja... Kannste? Ich hab's ja nicht übergeführt. Läufer laufen lassen, ja, wahr? Näm, hm, hm. Ähm, hm. Ja, oder wollen wir die Haley mitnehmen? Müsst du sein. Ah, ich komm,... Nein, den Läufer müssen wir rausnehmen. Oder? Hey, bevor sie in die Vault gehen, heute ist der Tagung näher, wo du bist. Es geht um dir, aber es könnte sein... Die Kamera fax macht ein bisschen rumpiept, ganz fies herunter. Nee, da sitzt ja nicht die Kamera. Kleine Bohrmaschinen habe ich dann auch. Mal gucken, wie es dann drin aufgebaut ist. Scheiß mit Doppelheck und so. Doppelheck. Alter, wie viel hast du denn da drin? Ja. Es jagt so viel. Der kam auch hier runter. Ja, der kam ein bisschen schneller. Heute Pätsch? Mann, was ist denn jetzt hier? Ja, die sind gerade festgesackt mit dir. Ist durch. Ich habe gerade voller Schrocken, Alter. Na, Herr Nieren. Da ist es nicht wahr, die sind nicht wahr. So, lass uns den meisten davon ausprobieren. Möchtest du diese Schlange? Schlau kichake. Ja, ja, komm rein. Okay, hier sind wir am Schluss. Der höheren Niveau. Eine. Der höheren Niveau. ist das gleiche ist das gleiche wie alarm und ich habe das gleich kracht ich habe mich nicht auf die karte jetzt war für mich gerade nicht auf die karte ist schon wieder weg die flagge wird zu sehen nach der pause wie du bist hier war die komplette kräuter Oh, bitte noch mal an der Stelle, die Team-Ate ist so schlecht. Vor allem, der Laser-Videanisch-Waffe, du kannst ja... Bigger Team-Ate! Mhm. Cool. Recht ist auch offen. Mach E&F. Mhm. Mhm. Gucken, was offen ist, oder? Wieso? Da ist offen. Ich muss jetzt hier hacken. Da muss ich bestimmt hacken. Ich muss jetzt hier hacken. Hä? Ich möchte da weg. Heck ist durch! die macht die und fangen an zu bohren füllen das war offensälen der spielen jetzt dreißig 2 waren schon voll, ich muss A hacken Nein, ich weiß, ich krieg A nicht mit Na, 40 Sekunden, 3 Schaffst du? Schaffst du, schaffst du Na ja, ich hab jetzt direkt den durch, ich werd zuerst Jetzt ist die offen, jetzt sieht den Stick rausfüllen Ja, dauert zu lange Meinst du, ich probiere Was? Das ist auch für devant Das sind wir komplett zurück Na, wir wollen doch mal schneller, ey 12, 12, 12, 10, dann 9, 8, nee Schaffst du? Ja, klettert noch die Wir sind noch unter dem Radar! Perfekt! Perfekt! Du musst aber auch wirklich noch spannender als das Waffe! So wie gesagt, den Ding hast du schon mal gehört jetzt schon. Schon dreimal, oder? Immer mit dem Boot, Dagens und jetzt. Also das letzte Mal. Ne, mit dem Boot immer und auch immer hier unten auch schon. Na, bei mir auch zweimal mit Boot. Also bei dir einmal mit Boot und bei mir einmal mit Boot. So lass jetzt die Kamera perfekt laufen. Mhm. Och, Alter. Ich hab ja nicht erschrocken, Alter. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ja, jetzt hängt er fest hier. Keine Jungen, nur der lang durch. Mhm. Den lassen wir laufen, wa? Ja. 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 Du hast mir nach vorne die Schubs. Boah, jetzt kommt die Kamera, Alter. Ja. 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 Justめ. Ja. 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 Ja, ja. Das ist ja auch schon so schön WC Ich habe schon einen Fawn, oder? Du bist aber die Fawn Ich hab ihn gesehen, nicht mehr Ich hab ihn gesehen Ich habe ihn gesehen Ich habe ihn gesehen Ich habe ihn gesehen Die hab ihn gesehen Mit einem Render-Motor. Ja, stimmt, das habe ich gefühlt. Das können wir sehen. Der Gewehr. Guck mal, wo die Autos sind, Alter. Wo ist der Lockvogel? Ah, scheiß, der Heli hat uns. Wo ist der Decoy? Direkt auf dem Weg. Die Ranch. Dann bleibe ich auf dem Highway. Die Elite wird ja eh nicht, ne? Das ist noch nicht. Ne, wir haben eine Tages-einahe mit hinten. Einfach voll geil. Ich mach hier mal einen Wegpunkt für Gleise. Wir haben schon heute verloren. Und der Decoy ist out. Lücke, 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 Lücke. Ja. Hö, dann mach ich meinen Punkt wieder weg. Ja. Vorne, zwei Bullen. Dicke Straßensperre. Mit dem Bullen. Komm, ich duck mich doch, Alter. Die Bullen müssen treffen. Vor allem, wenn die Tasche beschädigt wird, ne? Ja, ja. Und die Tasche sehen sie ja gar nicht. Nö, 5.000, bloß verloren ist jetzt für. Ja, hol wieder richtig aus. Ach, ihr so, ne? Ja, komm schon, Alter. Ich bin geduckt. Dauerduck ihn. Er fährt einfach zu weit weiter. Er hat den Platten geschossen. Wir haben noch die Platten. Nee, er meinte, er meinte er damit, den, wo der Boot ruf hat, soll er auch sagen, dass er den Platten geschossen hat. Ach so. Ach, ihm Platten geschossen hat. Ja, sag mal so. Drecks-MT. 8.507. Segelberg denkt dann ja. Gehen wir mal, mach mal, lösch auch. Ich dachte schon mal, der Sound Bullen weg. Das war schon mal langsamer. Geh, geh, geh! Ja, 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 ja. so wie jetzt in 5 minuten 6 sekunden 1499 99 59 meinst du? naja 1499 sind wir im supermarkt? das waren deine 2 sekunden die du gelaufen bist ne waren ja 6 sekunden na guck mal eine sprachnachrichtung, die sind da bis zum nächsten Mal